Wir können sie selbst aufbieten. So, dann haben wir da auch eine Reihe. Schaut gar nicht so schlecht, dass ich glaube. Ich denke, du höhere drein, dann ist das bei dir. Ich glaube, da kugelt mehr. So, jetzt bauen wir sie da die Länge noch vor. So, ich wünsche mir Eisen. Na gut, Niedelsands geworden. Schauen wir mal. Ah, da vorne stehen Autos, super. Autos, Autos. Ah, jetzt ist es so. Ja. Ja, ich bin gerade an den Autos dran. Ich habe da gerade einen netten Hammer gefunden. Ich habe noch nicht geschaut, was für ein süßes Escher da ganz gut ist. Hm. So. 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 Da bringe ich ein bisschen was mit, was ich ausgeräumt habe. Das heißt, als erstes rundherum das Geländer wegnehmen. Hm. So. Äh. Da rein? Nein, das geht schon. Ich bin schon weg. So. Einen Klauhammer habe ich. Ah ja, da vorher ist er keine Kamera. Also da, da... Wie heißt der? Egal. Einen Hammer eben. Ja. Schallhammer. Schallungshammer, oder? Ich glaube für uns heißt der so, ja. Hm. Was ist da drin? Oh. Ähm. Ja. Dann... Nicht runter. Hast du Eisen zufällig? 191 nicht weggelegt. Das ist nicht sehr viel. Ne. Da geht sich einer aus. Ich hätte auf jeden Fall... Naja, soll ich die Federn zerlegen? Drei Federn? Was kommt denn da raus? Was kann aber? So, ich fange einmal an das Geländer wegzunehmen. Ja. Ja, ja. So, das legen wir rein. Ich glaube 96 Creeper-Frames da. Für das Problem. Für Wurschen. Jo. Passt. Okay. Das leg ich auch wieder rein. Hm. Wir könnten ja das Innerste nicht... Ja. Richtige Säule oder so aufstellen von mir zwischendurch. So. Mhm. Hm. Ah. Ich bin so unkontrolliert und nicht schön gefeiert. Also irgendwie... Ohne Geländer. Huh. Da rücken wir schon das ganze weg. Achtung. Ah, da. Das ist nichts für mich. Ja, dass wir probieren können. Wir können nachher probieren, ob man auf die Eisensteine mal stehende draufstellen kann. Okay. Ja. Ja. Warte mal. Auch die können wir ja auch wieder durchschießen. Warte mal. Ich nehm die Lampen noch. Ja. In der Range. Warte mal. Komm mal. Was ist denn? Welche da ist? Warte mal. Was? Ah, so. So Riverfly. Also nicht Riverfly. Erwerstein. Ja, genau. Ja, ja. Natürlich. Okay. Kann man ja auch allen Teil kommen. So. Die Leiter. Ja, weg. Da ist die See runterflogen. Die Fackeln werden wir wegnehmen. Mhm. Da die Steher? Ja, ja. Weg, weg. Okay. Da ist auch eine Lampe draussen. Genau vor dir. Ja. Seh schon. Die leuchten eigentlich auch nicht. Nein. Der Rüben ist da noch eine. Mhm. Ich komm runter. So, ich geh einmal runter und nehm die Woodframes weg. Sehr lege alles, ja. Gut. Was haben wir denn da? Wie kommen wir? Elektrical Parts. Naja. Ich wollte hier eigentlich streben. Gar nichts mehr. So. Gut. Wo probieren wir das? Da ist noch einer dabei. Ich würde sagen, wir probieren mal. Beziehungsweise werden wir das da vorne wegnehmen. Mhm. Nein. Nein. Welche Parts tun wir hier weg? Ah. Oh. Gott, ist das nicht. Ja. Lampen hast du überall abmontiert? Sollten alle weg sein. Gut, da ist noch eine Fackel. Oh, zwei Mechanical Parts, schön. Da ist auch noch eine. Komm mal weg. Wo probieren wir es? Auf der Nordseite einmal. Ja, ist okay. Ich würde einmal eine Eck wegnehmen. Mal schauen, wie sie sich verhält. Eigentlich konnte ich alles, was nicht läuft, nicht montieren. 1, 2 Brett. Also wenn sie Geländer stehen da anbringen, da ist trotzdem 2 Brett. Ja. Nicht das Team. Naja. Den Innersten könnten wir mit, äh... No. Äh. Jetzt sind sie alleine. Ja. Rebar Frames machen. So. Wir tun. Und dann das Geländer anbringen. Das ist nicht einfach. Nein. In Rebar... Ja schon. Wir könnten ihn in Rebar-Fremde her setzen. Aber wenn es den rauskießt, ob die... Was handeln wir da drunter? Holzwände da ja teilweise, ne? Nicht, dass die das nicht tragen. Ach so. Okay. Ähm. Gut. Ich könnte den inneren Kranz... Jetzt du das wegnimmst. Kann ich hier probieren, um aufzurechten? Oder brauche ich wieder Eisen? Ah. So, ich probier's einmal an dem Eck da. Mhm. Wie sich das aufstellen lässt. Ich schau dir zu. Oder soll ich wieder versuchen, irgendwo Eisen zu tun? Nein, es ist 20.50 Uhr. Ja, schon. Wir bleiben irgendwie da. Was ist jetzt? Ach so. Eine Steinaxt. Irgendwann gibt's immer den Geist doch. So. Schauen wir mal. Wo ist die nächste? Da. Fertigen. Ah. Blödsinn. Die weißen Spitzhacke mit. Brauchst du die? Äh. Ja. Ich hab's jetzt gerade erst gesehen, dass ich Erinnerung hab. Soll ich rüberkommen? Ich lege das mal rein. Ich bin im Haus. Ja. Drinnen. Wie machen wir das innen? Da hast du rundherum Gitter aufgestellt. Gut, wir werden wir nicht ändern. Könnten wir auch wegnehmen und durch Eisenstangen ersetzen. Die könnten wir? Unter der Spüle. Okay. Äh. Violette Schaufel, Theaterboxer Schaufel. Momentan nicht, aber leg's rein. Okay. Gut, dann nehm ich das hier weg und mach Eisenstangen. Jupp. Dann leg ich da da unter die Spüle Eisenstangen auch rein, weil du wirst glaube ich keine haben. Nein. Nö. Soll ich dir... Ich glaub 200 Eisen hab ich dabei. Brauchst du das? Essen? Mhm. Nein. Und so. Probier nicht. Okay. Gut, dann probieren wir das. Wie das hält. Wird das hier alles aufgewertet? Gut. Ah ja. Und die Spüle. Sehr schön. Ah ja, das ist ja... Hm. 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 Was? Naja, die sitzen, die Eisenstangen sitzen in der Mitte vom Block. Ah. Ja. Ich überleg grad... Nein, unten kann ich's nicht anbringen. Da sind wir zu tief. Da ist jetzt der Block. Hm. Da sind wir zu tief. Das ist eins oberhalb. Eins. Wow. Nein. Zwei nebeneinander gehen nicht. Okay. Ich brech mir unter. Und damit kannst du die Hände draufsetzen auf die. Okay. So. Wie lacht man. Aus Geländer kann ich's anbringen. Aus Geländer, ja. Na ja, da sitzen sie aber in der Mitte, nicht am Rand drosten. Hm. Da rinnen schaut das auch irgendwie deppert aus, aber gut. Ja, aber da werden sie auch nicht im Raum draußen sein, ne? Na. Hm. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob er da nicht durchfallen kann, na sehr. Probieren wir mal, wenn ich... Schauen wir mal, ob er da durchkommt. Ah ja. Ja. So. Dann müsstest... Ich hätte sie als Gitterbodengewehr hinlegen können. Weißt du, wie ich mein? Das wäre auch gegangen, ja. Gut. Ja genau. Das können wir machen. Gut, aber rauf gekommen sind sie ja nicht. Aber sie schießen dann auch nicht durch. Stimmt. Aber wir können schön reinschießen. Aber wir können rein, ja. Gut, dann nehm ich die wieder weg. Die, was da jetzt stehen. Kann ich die so aufmachen? Ich nehm auch die Eisenspitze. Ja, die hab ich glaube ich jetzt gerade wieder genommen. Ah ok. Ja, dann nimmst du raus. Die war ja auch gerade draußen. Das wegnehmen wollte. Ich glaub nämlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die draußen anbringe. Aber schaut euch das einmal an draußen. Ok. Oh Mann. Was denn? Ja, die wegnehmen, das ist nicht lustig. Und wie ist das hier sehr, sehr finster? Ich hab ja Gott sei Dank ein paar. Ich nehm nur die an der Stirnseite weg. Ja, die haben 2500. Ah ja. Es ist ja nur ein Tanciero. Ähm. Ok. Ok, ok, ok. Nein. Ich weiß nicht, wie wird das da... Aber es wär höher, sie wird nicht drauf kommen. Ja, aber ich kann es nicht zweibreit machen. Nein, ich weiß ja. Was auch gehen würde anstatt denen, es gibt ja diese, die Metallträger. Die Metallträger, ja. Kann man ja rüber laufen wollen. Ok. Ja, wenn ich... Ja, aber dann nehmen wir jetzt einfach alles weg. Ja, würden wir die halten? Jaja. Ja. Das ist ja wieder ein richtiger Block. Ok. Ich würde, wenn wir das so ein Wecken an den Kranz ändern, glaube ich, noch mal verstärken mit Eisen. Oder ich habe ein bisschen Eisen dabei. Aber ich suche in der Zwischenteile eins. Da habe ich das reingegeben. Ah, da. Ja. Nicht viel, aber bitte. Oh, das geht wieder zurück. Hm. Ok. Wenn wir auf Deiner vor uns in der Früh rüber. Ja. Ich bin nicht der Schlüsseläufer. Startet das? Oder macht ich das? Ach, wie kann das nur so finster sein hier? Ähm. So. Meine Facken sind weg. Ja gut, die Doppelfolge ist durch. Ich glaube, wir werden jetzt noch, bis der nächste Tag anbricht, da mal das wegnehmen. Ja, dass wir wegnehmen. Ich bin auch dann wieder dazu, sobald der Morgen da ist. Ich muss ja. Und ja, dann schauen wir, dass wir das fertig bekommen. Ok. Bis die Hordennacht hereinbricht. Bis dahin, Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao.